Hallo liebe CBSler, ich bin Aileen und bin heute für das CBSTV Team und natürlich auch für euch beim Cooking by Students dabei. Dabei werden vier Teams gegeneinander antreten und sich bekochen und natürlich auch gegenseitig Punkte vergeben, denn wir wollen herausfinden, wer ist der beste Koch der CBS. Ich würde sagen, wir gehen schon mal hoch und schauen uns an, wer da gleich zur Türe reinkommt. Von daher, let's go! Wir sind jetzt hier auch schon in der ersten Wohnung. Fefe und Kuni sind schon ganz fleißig am putzeln im Hintergrund. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was die beiden da gerade vorbereiten. Fefe, erzähl uns doch mal, was du da gerade machst. Ich mache hier Dumplings und ja, ich brate die. Und Kuni, was machst du da gerade schön? Es sieht schon mal sehr gut aus. Eine Currysuppe mit Zitronengras. Oh lecker, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich hoffe, die beiden haben auch noch was für das CBSTV Team übrig. Bis zum nächsten Mal. Also wir sind hier bei der Kuni und wir fanden das Essen und vor allem, wie sie das präsentiert haben, super gut. Ich esse normalerweise keinen Fisch, also ich mag gar keinen Fisch und sie waren extra so nett und haben ein Sushi ohne Lachs gemacht, nur mit Avocado und das fand ich gut. Genau und auch die Suppe, die war super und die Garnele war top gemacht und das Ambiente stimmt hier einfach und deswegen haben wir uns entschieden, geben eine neun. Wir haben ein Sushi gegessen, eine Garnele und eine Teigtasche und dazu gab es eine Curry-Zitronengarstuppe und mir hat das sehr gut geschmeckt. Josefin, die hat das auch gut geschmeckt, oder? Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt, nur das Salz, das hat ein bisschen gefehlt. Das hat gefehlt. Ja, aber sonst exzellent, also besser als bei Bento Box, ne? Und deswegen geben wir nicht zehn Punkte, sondern neun. Wir sind jetzt hier bei Lea in der WG und Lea und Viktoria sind auch schon am Vorbereiten für die zweite Vorspeise und am besten finden wir mal heraus, was die beiden gerade zaubern. Ja, also bei uns gibt es Flammkuchen und Feige, eigentlich Speckmantel, aber es ist eher so ein Speckteppich geworden und dann noch Tomate und Mozzarella. Die erste Vorspeise ist ja schwer zu toppen, oder? Die wir eben erlebt haben, das wird natürlich schwer. Ja, und was sagst du, Richard? Ja, also die erste Vorspeise war schon mal sehr gut. Wir haben jetzt einen kleinen französischen Ausflug ins Elsass gemacht. Es gab nämlich ganz leckeren Flammkuchen, dazu wurde ein wunderbarer Federweißer gereicht in mehreren Variationen. Rein kulinarisch hat uns das sehr gut geschmeckt, der Flammkuchen war wunderbar gegart, der Speck war schön würzig, hat gut zusammengepasst. Die Feigen auf Speck, auf dem Schwarzwälder Schinken, waren auch eine sehr gute Komposition dazu. Rein vom Kulinarischen würden wir eigentlich sieben Punkte vergeben, aber es gab noch ein paar andere sehr positive Dinge, die uns eingefallen sind. Deswegen gibt es ein bisschen mehr Punkte, Marc. Wie sieht es aus? Also vom ganzen Ambiente war das halt toll gemacht. Man hat halt gesehen, die haben sich richtig Mühe gegeben. Das hat angefangen mit der Vorspeisenkarte, die dann extra noch angefertigt wurde, liebevoll dekoriert. Und ich denke, das ist einfach nochmal ein Zusatzpunkt wert. Und deswegen geben wir fantastische 8 Punkte. So, das war total lecker. Schöne Speisekarte, süß gemacht, total niedlich mit den Feigen und eine tolle Idee und auch mit dem Wein. Und deswegen geben wir eine phänomenale 9. So, das ist es für heute. Also wir sind gerade bei Fred und Josy und sie haben uns Putenfleisch mit Kartoffelchips mit Rosmarin und selbstgemachter Kräuterbutter angeboten. Aber so sehr ich euch auch mag, war leider nicht so gut. Tut mir leid. Ah, Scherz! So, wir waren eben bei Fred, es war super lecker. Die beiden haben sich echt Mühe gegeben und dafür gibt es von mir eine 7. So, ich habe dem so gut wie nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich Kräuterbutter liebe und dafür gibt es von mir eine 8. Wir geben dem Fred und der Josefin ganz liebe 9 Pfund. Hallo, wir sind's wieder und das war wohl dann, dass wir uns mit dem Fred und der Josefin das weltbeste Tiramisu und ich soll noch von Gunni sagen, es war eine Explosion in ihrem Mund. Und genau deswegen geben wir eine. Also wir geben Lindas und Nicoles leckerem typisch italienischem Tiramisu grandiose 9 Punkte. Ja, jetzt kommen wir zum Teil, auf den wir alle schon den ganzen Abend gewartet haben. Die Siegerehrung. Was ist? Auf dem 4. Platz Freddy und Josefin. Mit 71 Punkten auf dem 3. Platz die Viktoria und die Lea. So, ich habe gerade gesagt, es wurde zum Ende richtig, richtig spannend. Warum? Wie wir gerade gehört haben, die beiden Mädels haben hervorragende 71 Punkte erreicht und den ersten Platz mit 72 Punkten teilen sich unsere beiden anderen. Das sind die Gunni und die Feifei sowie die Linda und die Nicole. Und für den ersten Platz haben wir uns noch etwas ganz besonderes ausgedacht. Nämlich einen Präsentkorb extra fürs Kochen. Einen Feinschmeckerkorb mit Fanny frisch, mit wunderschönem Öl, mit Pasta, mit Chili, Basilikum. Ganz frisch. Und vielleicht ladet ihr uns ja nochmal alle zum Kochen, wenn ihr die ganzen Zutaten verwendet. Genau. Herzlichen Glückwunsch. WUCH! WUCH! Das war es von uns von Cooking by Students. Es war ein voller Erfolg der Abend. Alles ist weggeputzt, alles war super lecker und hat ganz viel Spaß gemacht und ich glaube Micha, der die Orga gemacht hat, ist auch ziemlich zufrieden, oder? Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es war ein wundervoller Abend mit ganz vielen tollen, neuen, interessanten Menschen, die gerade an die CBS gekommen sind und von meiner Seite aus, glaube ich, war der Abend ein voller Erfolg. Es hat allen geschmeckt und es war einfach toll. Dann in diesem Sinne lassen wir diesen Abend mit einem kühlen Glas Sekt ausklingen und wünschen euch noch eine gute Nacht. Mascarpone war da drin, Löffelbesquid, Kaffee, Amarettinis, Kakao obendrauf, Kakao. Und was war da noch drin? Schnapp jetzt irgendwas ein bisschen. Gluten. Gluten haben die da reingebröselt. Milch. Milch war da drin. Was haben die da noch gemacht? Zucker. Eine Menge Zucker war da drin. Du hast mich eingelden in die Mascarpone? Dann machst du den Lack gesoffen oder was? Eigelb. Hier. Hm. Ja, das war der Report des Tiramisus. Wir melden ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Juhalos, Baby. Oh, baby, yeah. Okay. Peter, Peter da. B- W- 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 W-